Also das ist eine gute Frage. Ich glaube schon, dass in gewisser Weise irgendwann nicht aufgepasst wurde, auch von der Bevölkerung nicht aufgepasst wurde, wer wo kandidiert, auch welche Partei und was steht wirklich dahinter. Und dass man sich zu stark ein Stück weit auch von Medien diesbezüglich beeinflussen lässt, ob jetzt jemand gut dasteht oder nicht gut dasteht, ist jemand sympathisch oder ist er nicht sympathisch. Das sind so vordergründig Punkte gewesen, die dann zu Wahlentscheidungen geführt haben, ohne zu gucken, was kommt denn da hinten dran mit. Und dass man eben auch nicht mehr ganz so bereit ist, für andere einzustehen. Gar nicht nur, was die eigene Meinung betrifft, sondern auch für andere. Und es ist bequemer und einfacher geworden. Wir haben alle heutzutage viel zu tun. Die Familien haben viel zu tun mit Ausbildung, mit Schule, Arbeit. Also das Umfeld ist auch anstrengender und stressiger geworden. Und dann war man der Meinung, alles andere läuft gut. Aber Demokratie und Freiheit läuft eben nicht von alleine. Dafür muss man immer wieder ordentlich was tun. Und ich glaube, dass da so ein Punkt überschritten ist. Bürgerliche, wozu wir auch gehören. Wir kümmern uns eben viel um Familie, um Vereine, auch um andere Menschen, Solidarität, alles was dazu gehört. Und sind eher weniger diejenigen, die dann intensiv streiten um aus unserer Sicht Kleinigkeiten, sondern gehen eher Kompromisse ein. Und dann gibt es natürlich auch andere Denkrichtungen. Ja, linke Denkrichtungen, die sind da aggressiver unterwegs. Ja, und ein Kompromiss ist für sie kein Kompromiss, den man einhalten muss, sondern auf diesen Kompromiss hin wird weiter diskutiert. Und ich glaube, da ist dann auch aus machtpolitischen Erwägungen heraus, auch von der Bundesebene her, ist man einfach zu weit gegangen, bestimmte Kompromisse immer wieder zu schließen, ohne mal deutlich zu sagen, bis hierher und nicht weiter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017